Jetzt kommt das ganze Entscheidende, was die meisten ihrer Zuhörer nicht verstehen werden. Wenn ich eine Aktie kaufe und jetzt eine Aktie nenne und die steigt morgen um 20, 30 Prozent, die sagen, der Team ist ja ein Genie, sage ich, nee, ich habe total versagt. Wieso? Ja, die Aktie ist ja gestiegen. Wenn ich kaufe, soll sie ja fallen. Das ist das Perverse eines Antizyklus. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Ich mache das nun seit fast 50 Jahren, nicht wahr? Ja, er hat weit mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung vorzuweisen. Nicht umsonst trägt er den Spitznamen Schülwärm der Börse. Er hat mal eine österreichische Tageszeitung so getitelt. Ja, und ich freue mich jetzt, Heiko Thieme, den Börsenaltmeister, begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Thieme, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Freue mich. Das Wort fast können Sie streichen. Nicht fast 50 Jahre, sondern fast 54 Jahre ist die Erfahrung. Ja, ich habe ja gesagt, weit mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung, genau. Oder auch Unerfahrung. Es kann ja auch verderben. Wenn man zu viel weiß, ist das nicht unbedingt ein Vorteil, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall haben Sie da schon einen guten Einblick gehabt in den vergangenen Jahrzehnten. Und wenn wir jetzt auf die aktuelle Lage schauen, noch mal ganz kurz vielleicht der Blick auch zurück zu unserer letzten Sendung vor gut einem Jahr. Da hatten Sie ja wieder fast eine Punktlandung mit der DAX-Prognose erzielt. Bis zum Jahresende 17.000 hatten Sie da gemeint. Das haben wir bereits zwei Wochen vorher erreicht. Ich entschuldige mich dafür. Genau. Das ist richtig. Aber auch mit dem Jahresverlauf im Sommer, kleinere Pause dann, Verschnaufpause dann und zum Jahresende dann eben noch die Rallye. Das war ja wirklich eine Punktlandung. Dann mit der Herbstrallye. Wie schaut es aktuell aus? Wäre das fast ein ähnliches Bild, das Sie jetzt zeichnen würden, wie im vergangenen Jahr? Ja, die Börse ist immer anders und dennoch wiederholt sie sich. Man muss beides zusammennehmen. Ich hatte ja auch damals die Dow Jones-Prognose gemacht, die sich dann auch auf den Punkt erfüllt hatte. Also das war Zufall. Und ich würde jetzt mal vorgreifen und sagen, dass man zweimal hintereinander immer richtig liegt, ist ungewöhnlich. Nun liege ich schon seit zwei oder drei Jahren fast immer richtig. Und selbstverständlich muss irgendwann mal ein Jahr kommen, wo ich total schief liege. Also das baue ich einfach mit ein. Aber dennoch lasse ich mich vom Optimismus und klaren Aussage getragenen Strategie nicht abbringen. Das bleibt weiterhin bestätigen. Wo stehen wir zurzeit? Wir stehen jetzt in der problematischen Phase von jetzt bis Oktober. Zwei Schlaglöcher von minus drei bis sieben Prozent müssten wir einbauen. Das heißt, DAX-Index noch mal bis vielleicht 17.500 ist möglich. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade heute die Märkte betrachten, wir sind im stärksten Sommermonat, Juli. Das müsste eigentlich weit aufwärts gehen. Tut es auch zurzeit. Wir haben noch ein kleines Problem dabei. Der Mai und Juni, also die beiden Vormone, die normalerweise schwach sind, waren besonders stark. Und der April, der normalerweise gut ist, der war wiederum schwach. Aber nachdem wir fünf dramatisch positive Monate hatten, in anderen Worten, es sind immer wieder die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und wer sich nach diesen Statistiken richtet, muss vorsichtig sein, um sie nicht zu überinterpretieren zu wollen und zu müssen. Und wir haben zurzeit eine primär geopolitisch getragene Landschaft, die normalerweise eher im Hintergrund steht, aber jetzt steht sie im Vordergrund. Da können einige Dinge passieren, die nicht unbedingt ins Bild passen, die auch gewisse Schönheitsfehler darstellen könnten. Und die müssen wir nachher diskutieren. Und dennoch bleibt es, dass die Börse im Vergleich zu allen anderen Anlagen nach wie vor unschlagbar ist und auch auf mittelfristig und längere Sicht unschlagbar bleiben wird. Ja, können wir gleich auch draufschauen auf die geopolitische Lage, weil sie es ansprechen. Ja, es gibt ja doch einige Brandhäte im Moment auf der Welt. Welche Region macht den Börsen im Moment am meisten zu schaffen? Jetzt die Vorgänge da in Frankreich, die Rechtstendenzen allgemein in Europa, Taiwan, China, wie schaut es da aus? Russland, was spielt da alles rein im Moment? Und Sie haben alles genannt. Das Interessante ist, früher hatten wir auch ähnliche Probleme, nur sie waren etwas weiter entfernt. Sie waren entweder in Afrika, dann im Nahosten, da haben wir auch ein Problem, ich war auch ein bisschen weit entfernt. Asien auch, Lateinamerika, ich war nach wie vor durch Korruption geprägt. Die Welt ist in einem ständigen Aufruhr, einer ständigen Umwälzung. Und um mal eine Prognose zu machen, die die meisten erst in 30 Jahren dann bestätigen können, die Welt wird in 30 Jahren ganz anders aussehen als heute. Das ist die erste klare Feststellung von meiner Seite. Ich bin da nicht mehr da, weil ich jetzt 81 wäre in diesem Jahr. Aber auch wenn ich da bin, in Gedanken gemacht, kann man da noch mit dabei mitreden. Wir werden also eine Umwälzung erleben und die ist unter dem Stichwort AI zu sehen, künstliche Intelligenz. Die ist so zu vergleichen mit aber einer komprimierteren Beschleunigung, wie wir es vor 30 Jahren gesehen haben oder 31 Jahren, um genau zu sein, als die Internetseite auftauchte, die schon vor 30 Jahren davor in 1963 entwickelt wurde, aber erst in 1993 der Öffentlichkeit kostensfrei zur Verfügung gestellt wurde. Und wenn wir mal zurückschauen auf die letzten 31 Jahre, da gibt es nichts, was die Internetseite nicht bewegt hat und entscheidend geprägt hat. Ob das jetzt das Smartphone ist, ob das die ganze Kommunikationsseite ist, die wir haben. Und es wird eine Beschleunigung sein in den nächsten 30 Jahren von dem, was wir erlebt haben. Künstliche Intelligenz wird Millionen von Menschen arbeitslos machen. Das klingt furchtbar. Auf der anderen Seite wird sie enorme Chancen schaffen. Das klingt wiederum sehr positiv. Und am Schlussstrich ist eine positive Entwicklung. Also die Zukunft meiner Kinder, die Mitte 40 sind, sieht gut aus, aber die sind dann schon in der Endphase nach 30 Jahren. Aber die Zukunft meiner Enkel, die da so zwischen 11 bis 16 Jahre sich befinden, die haben eine fantastische Zukunft vor sich. Es sei denn, die Geopolitik wird so pervers geführt, dass sie all diese Chancen kaputt macht, aber das glaube ich nicht. Auf die KI-Rally schauen wir gleich noch im Laufe der Sendung auch drauf, auf attraktive Investmentchancen, ihre Top-Picks, die sie auf der Watchlist auch haben, wie sie da genau vorgehen. Bleiben wir nochmal bei der Makroökonomie. Ich meine, Zinssorgen tauchen auch immer mal wieder auf, dass die FED vielleicht doch nicht so aggressiv jetzt senken könnte, wie er anfangs erwartet. Inflationäre Tendenzen. Gut, jetzt hat sich Powell wieder geäußert, es gibt doch disinflationäre Tendenzen, aber er braucht noch mehr Werkzeuge, um das genauer einschätzen zu können. Heißt, die rechnen jetzt noch nicht im Juli mit der ersten Zinssenkung, aber im September, die ist für sie gesetzt. Sieht so aus. Inflation, das Thema ist eigentlich gegessen. Wenn man mal ein bisschen weiterdenkt. Wir haben die Inflationsproblematik vor drei Jahren gesehen. Ich hatte damals im Sommer vor drei Jahren gesagt, das war's, weil wir doppelstellige Zahlen sahen. Das fanden viele Leute verfrühen. Ich sage, nein, ich muss ja als Stratege vorausdenken. Wir werden also die doppelstelligen Zahlen verlassen. Wir werden Normalität in drei oder vier Jahren oder fünf Jahren spätestens bekommen. Und da sind wir jetzt am Ansatz. Wir liegen in den USA aktuell unter drei Prozent, was die Inflationsrate anbetrifft. Das ist das Gleiche bei der EZB. Und die Frage ist jetzt nur die, wie lange dauert es, bevor wir die 2,0 erreichen? Werden wir sie überhaupt erreichen können? Ich meine ja. Etliche Fachleute sagen nein. Also da stehe ich in einer Minorität noch. Wir haben deflatorische Entwicklung zum Beispiel in China. Jetzt genau, wenn wir es uns anschauen. Und ich sehe tatsächlich keinen Grund, davon Abstand zu nehmen, dass die Zwei-Prozent-Marke erreicht werden kann. Aber die Notenbanken können vorher schon eine leichtere Zinsstrategie führen, wie wir es schon bei Frau Lagarde gesehen hatten im letzten Monat. Es war richtig, die Leitzinsen von viereinhalb Prozent auf viereinviertel Prozent zu senken. Und wir werden noch zwei Leitzinssenkungen in Europa, also auch in Deutschland indirekt, bekommen von jeweils einem Viertelprozentpunkt, sodass wir am Jahresende dann stehen von jetzt viereinviertel Prozent bei 3,75. Das nur als Voraussage. Und der Schritt wird sich dann im nächsten Jahr weiter fortsetzen. Wenn auch unter Schwankungen. Die Inflation wird nicht gradlinig nach unten gehen, sondern sie wird immer wieder auch geopolitisch bedingt gewisse Schwankungen haben, aber die sollten nicht alarmieren. In den USA liegen wir bei fünfeinhalb Prozent, was ein stolzer Satz ist. Wenn man die Inflationsrate nimmt, nehmen wir mal jetzt an, so 2,8 oder 2,6 Prozent. Wir liegen fast, wenn man so will, knapp drei Prozent über dem neutralen Satz. Das heißt, wir haben eine restriktive Kreditpolitik. Die belastet die Wirtschaft, wenn man sich das anschaut. Entschuldigung, dass Sie im Hintergrund manche Sachen hören, weil meine Nachrichten immer bekommen wir aufs Internet. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist halt AI, nicht wahr in der Zukunft. Sie sind halt doch gefragt, der Team ja immer noch, mit gut 80 Jahren immer noch. Das ist ja auch entscheidend sehr erfreulich, wenn man nochmal fragt, was ein alter Mann denkt. Ich war kurzum, wir werden also hier auf der Inflationsseite Entspannungen sehen. Die Notenbank hat richtig gehandelt. Ich wiederhole, was ich seit Jahren behaupte. Ich habe den Notenbanken in den USA und in Europa beste Noten bisher gegeben, trotz aller Kritiken, die wir gehört haben. Ich sage, die machen genau das Richtige, weil sie sagen, sie machen es datenabhängig. Was heißt das? Wenn jemand zu einem Arzt geht, macht er es ja auch datenabhängig oder analysenabhängig, wie der Patient einzuordnen ist. Genau, macht eine Analyse, macht ein Blutbild. Und genauso muss das die Notenbank oder die Notenbanken schließlich tun und sagen, wie sieht es aktuell aus. Man muss sich dann von gewissen Quartalen mal auch zurückhalten. Wenn man das erste Quartal in den USA sieht, da war ein Anstieg der Inflationsrate. Und die Notenbank hat eben gesagt, zu Recht, wir warten ab. Auch wenn Heiko Thieme gesagt hat, zu Jahresbeginn, wir kriegen im Juni die erste Leitzinssenkung. Das ist nicht eingetreten. Das ist aber auch richtig gewesen, weil das erste Kapital hat dieses Bild etwas aus der Bahn geworfen. Wir kriegen jetzt die erste Leitzinssenkung, wenn sie kommt, im September. Und dann noch eine nach den Wahlen im Dezember. Also in den USA auch die Möglichkeit von zwei Leitzinssenkungen von jeweils einem Viertelprozentpunkt. Das heißt, von 5,5% Tagesgelder kommen wir dann auf die 5% Marke bis zum Jahresende. Und wir werden dann sukzessive im nächsten Jahr vielleicht weitere 100 Basispunkte oder sogar mehr nach unten kommen können. Das heißt, der Zins geht nach unten, bringt eine Erleichterung für die Wirtschaft. Damit vermeiden wir eine Rezession. Wir in Deutschland hatten uns an einer statistischen Rezession befunden. Das war Null hinter dem Komma im Minus. Also die Füße blieben trocken, aber die Schuhsohlen wurden nass dabei. Wir sind jetzt so ein bisschen herausgekommen, wir werden am Jahresende vielleicht die Möglichkeit haben, für das nächste Jahr eine Eins vom Komma zu sehen. Wir holen uns langsam, aber wir sind der kranke Mann von Europa. Das muss man nachher nochmal diskutieren. Wir haben so viele Fehler gemacht, dass wir das erstmal aufarbeiten müssen. Aber kurzum, es wird allgemein besser werden auf der Zinsseite. Die Frage, die man jetzt haben muss, ist es die Geopolitik, die hier im Grunde genommen die Querverbindung unterbrechen könnten. Also die plötzlich, wie man so sagt, sagt man so schön im Deutschen, dass man also im Grunde, man hat einen Motor, der wunderbar laufen könnte. Aber wenn ich ein Werkzeug reinschmeiße, kann ich es blockieren. Ich weiß, es könnte der Schlüssel sein, beziehungsweise der Schraubenschlüssel, der dieses Werkzeug zur Unterbrechung bricht. Das ist die Frage, die wir zurzeit sehen. Darüber lange zu diskutieren, lohnt sich gar nicht. Das kann man dann datenabhängig machen. Aber kurzum, Erleichterung bei den Zinsen und bei der Börse kommt es darauf an, was wird gehandelt. Und das wird einzig, was zum Schluss gehandelt wird, neben allen Einflüssen der Geopolitik, die wir haben, und wirtschaftlichen Fragen, die wir haben, sind die Gewinne, die gehandelt werden. Und die Gewinne sehen relativ positiv aus. Wir kriegen Steigerungen nach wie vor. Die Frage ist die, wenn wir jetzt einen Präsidenten bekommen sollten, was ich nicht hoffe und glaube, das ist auch nicht dein Muss, der Donald Trump wiederum hieße, der dann mit künstlichen Zöllen kommt und so weiter und behauptet, das ist nicht inflationär. Es ist inflationär, kostet jeden Amerikaner fast 2.000 Dollar, wenn seine Politik eingeführt werden würde. Wäre so katastrophal. Ich nenne Trump übrigens gleich mal vorwegzugreifen, den Rattenfänger von Hameln auf amerikanisch bebrannt. Und ich komme ja aus Niedersachsen, wo der Rattenfänger von Hameln ja eine Rolle spielt. Nur das Pfeifen hat die Leute angelockt und sind dann alle in der Höhle verschwunden. Keiner ist seitdem wieder erschienen. Also kurzum, diesen Vergleich lasse ich weiter im Raum stehen. Wir brauchen eine vernünftige Politik, die die geopolitischen Probleme richtig anpackt. Und da machen wir Riesenfehler, sowohl in Europa. Wir sind auf dem besten Weg, uns selbst aufzugeben. Ich glaube nicht, dass es sein muss. Es könnte sein. Wir haben jetzt Frankreich, die zweiten Wahlen da vor uns. Also wir haben viele Dinge zu diskutieren. Aber bleibt dabei, wir werden am Jahresende höhere Kurse haben beim DAX und beim Dow Jones, weil es heute sind. Wie gesagt, Investmentchancen schauen wir gleich noch drauf. Bleiben wir noch mal bei den geopolitischen Krisenherden. Israel Gasser hatte ich vorher nicht genannt. Wir hatten auch schon andere Börsen-Urgesteine hier in der Sendung. Zum Beispiel Schweizer Investor Marc Faber. Der hat sich da schon ein bisschen auch an die erste und zweite Ölkrise erinnert. Auch wie es jetzt so seither verlaufen ist mit der Inflation. Also die Gefahr sind sie nicht, dass die Inflation da nochmal mit voller Wucht zurückschlägt. Und ich schätze Marc Faber sehr. Nur er ist eh ein Pessimist. Ich bin Optimist. Das unterscheidet uns beiden. Ich mag so immer die Welt untergehen. Ich war pauschalisierend gesagt. Heike Thieme sieht eigentlich Unterbrechung in seinem optimistischen Blick. Und bei mir heißt ja meine Losung immer wieder, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Also ich versuche konstruktiv zu sein. In der Osten ist eine Kalamität, die unerträglich ist. Menschenrechte gelten überall. Das macht mich nicht zum Antisemitisten, sondern ich habe sehr viele Freunde in Israel und außerhalb Israel, die jüdischer Herkunft sind. Ich habe auch palästinensische Freunde, sondern ich sage es genau wie ich es denke. Menschenrechte gelten für jedermann. Und das, was wir dort täglich sehen, ist nicht zu akzeptieren, egal was die Ursache davon war. Genauso ist es in dem Ukraine-Krieg. Wir können nicht einem Land plötzlich sagen, machen Sie doch mal einen Friedensvertrag, nicht wahr mit Russland, wenn schon da 20 Prozent eingenommen wurde widerrechtlich. Das geht nicht. Da haben wir eine Perversität im Denken entwickelt, die für mich nicht zu akzeptieren ist, egal von welcher politischen Richtung Sie herkommen. Also wir müssen vernünftig bleiben. Die Dinge lassen sich aber lösen, denn meine Philosophie heißt ja TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz. Ich wiederhole nochmal. Toleranz, Respekt und Transparenz. Das würde vieles in der Welt lösen, auch vieles in der Börse lösen und vieles auch im täglichen Alltag, auch im Zwischenleben von Menschen lösen. Toleranz, Respekt und Transparenz ist für mich die Richtlinie, die ich nach wie vor vertrete. Ja, dann wollen wir jetzt die Zuschauer nicht allzu lang auf die Folter spannen. Auch vielen Dank nochmal für die zahlreichen Kommentare aus der letzten Sendung, liebe Zuschauer, dass ihr uns da eure Fragen gestellt habt. Nutzt auch wieder die Chance. Wir machen bestimmt nochmal ein neues Interview auch in den nächsten Wochen, Nachschlagen mit Heiko Thieme. Dann können wir die Fragen auch wieder stellen. Wir haben auch zwei Zuschauerfragen vom letzten Mal rausgepickt, dazu gleich mehr. Wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt schauen, DAX, der hinkt doch den US-Indizes ein bisschen hinterher beim letzten Mal, als wir uns unterhalten hatten. Da hat es eigentlich noch ganz gut ausgeschaut mit einer Outperformance vom DAX, mit einer mehrmonatigen, hat man gemeint, okay, jetzt kommt vielleicht das Nachholpotenzial. Ja, denkste? Ich glaube, auf drei Jahre Sicht hat der S&P 500, gut, er ist viel breiter aufgestellt mit den US-Werten, mit den KI-Aktien, aber der hat, glaube ich, sich fünfmal besser geschlagen als der DAX, der nur rund 6% auf der Uhr stehen hat, auf Sicht von drei Jahren. Wie ist denn die deutlich krasse an der Performance, also wenn man den DAX-Kursindex jetzt nimmt, also ohne die Dividenden als Vergleichbarkeit mit dem S&P 500, wie ist die krasse an der Performance da zu erklären? Na gut, da würde ich sagen, das ist immer so, da macht man eine falsche Rechnung auf. Wird zwar von allem mal propagiert, ich nehme also den Dividenden, den tesorierenden Index, auch wie in den USA, da sind es 10% und beim DAX sind es 8,25% seit 1896 auf den Dow Jones bezogen, den es ja seit dem 26. Mai 1896 gibt. Beim DAX-Index kommen wir auf 1988, nicht mehr auf die letzten 36 Jahre. Da schafft der DAX also etwas mehr als 8%, wo wir im Markt tesorieren, sonst sind wir bei 6%. Das liegt daran, dass wir von der Infrastruktur her gesehen an der modernen Gruppierung und Umformierung der Weltwirtschaft nur graduell teilnehmen. Da haben wir eine SAP, okay, haben wir noch eine Infineon, das deckt dann unseren Technologiesektor ab. In Amerika, da spielt sich die Musik ab. Da müssen wir neidlos anerkennen, dass dort mehr erreicht wird. Wenn wir jetzt in Amerika streichen würden vom Horizont, dann würde heute die Welt anders aussehen. die wäre auch in gewisser Weise ärmer, was fortschrittliche Entwicklungen anbetreffen. Wir sind sehr stark vom Unternehmensgeist der Amerikaner abhängig. Das sind nicht nur einheimische Amerikaner, das sind auch Ausländer, die dort sich verwirklichen konnten. Wir müssen uns endlich mal fragen, machen wir Fehler bei unserer Infrastruktur? Und die Antwort heißt absolut ja. Nicht nur in der Infrastruktur, was die Straßen, die Brücken anbetrifft und die Eisenbahn anbetrifft, nicht nur unter Streit, an der Streiklust, die wir mittlerweile entwickelt haben. Da gibt es erhebliche Fehler. Und da müssen wir sagen, ist sowohl nicht die Wirtschaft schuld, auch die Politik mit dran schuld. Ganz entscheidend. Wir müssen ein Umfeld schaffen, was es ermöglicht für jeden Unternehmer. Einfach und schnell, so wie zum Beispiel in Estland, nicht wahr? Oder in Lettland können Sie ebenfalls mitnehmen, nicht wahr? Und Litauen, wo man sagen kann, in diesen Ländern können Sie ein Unternehmen heute gründen und morgen sind Sie im Geschäft. Wenn Sie in Deutschland heute einen Antrag stellen, dann müssen Sie vielleicht beim Jahresende hoffen, dass Sie eine Antwort haben, mal etwas extrem formuliert. Das geht nicht. Wir leben in einer fremden, nicht mehr zeitgerechten Zeit und wir sind auf dem besten Weg, jetzt werde ich mal ein bisschen pessimistisch, wir sind auf dem besten Weg, uns selbst abzuschaffen. Das müssen wir nicht tun. Das brauchen wir nicht zu tun. Und jetzt das letzte Wort, das dürfen wir nicht tun. Denn wir müssen uns in der Herausforderung ganz stellen. Wir können uns nicht davon ausruhen, dass wir mal einen Ludwig Erd hatten, der eine freie und soziale Marktwirtschaft geschaffen hat. Wir können uns nicht davon ausruhen, dass wir sagen, wir sind nicht verschuldet. Ich habe Wolfgang Schäuble sehr geschätzt, aber immer wieder im Fernsehen gesagt, und das können Sie überall nachlesen, wo ich war in den letzten Jahren, als wir negative Zinsen haben. Bitte, eine Nullzinspolitik ist die falsche Politik, wenn die Zinsen keine positive Belastung sind, sondern eine negative. Das heißt, man kriegt Geld, wenn man sich Geld borgt. Dann muss man sich so hoch verschulden als Staat, wie man nur kann. Man nimmt nicht Milliarden in Anspruch, Billionen in Anspruch. Wenn wir das gemacht, wären wir heute auf 5 Billionen sitzen, die uns nichts kosten, die jedes Jahr uns etliche Milliarden einbringen fürs Nichts tun und mit denen wir Geld investieren könnten. Und jetzt müssen wir relativ schon, müssen wir mal 2,5 Prozent zahlen, nicht wahr, für Tagesgelder, wenn wir uns verschulden wollen, also, oder auch 10-jährige Anleihen nehmen. Kurzum, wir haben diesen Zug total verpennt. Und ich muss jetzt auch eine kritische Bemerkung machen, obwohl ich der FDP normalerweise gedanklich näher stehe, die Schuldenbremse ist ein schönes Schlagwort, aber ich würde nicht sagen, denk nochmal drüber nach. Ist das wirklich notwendig? Wir müssen das notwendige Investmentkapital besorgen, um unsere Infrastruktur zu lösen. Es ist falsch zu sagen, wir haben eine Schuldenbremse, deswegen können wir die Brücken nicht aufbauen lassen, sich zerfallen. Das ist ein Unding. Wir müssen die Schlaglöcher auf den Straßen nicht füllen, sondern wir müssen neue Straßen bauen. Und da liegt bei uns ein Riesenproblem dran, an das wir nicht richtig ticken oder denken. Man muss Keynes nochmal richtig interpretieren. Wir brauchen massive Investitionen. Wenn natürlich wir hören, dass die Deutschen sagen, uns ist die Freizeit lieber als die Arbeit, dann habe ich ein Problem damit. Ich meine, ich schaffe jeden Tag, dass ich arbeite, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet, ich habe noch nie arbeiten müssen, aber mir macht es Spaß, etwas zu tun. Und wenn man fragt, wie viel arbeiten Sie denn? Ich mache es so, ich beschäftige mich mit meinem Thema Wirtschaft, Politik und Börse mindestens zwölf Stunden am Tag. Das ist aber für mich keine Arbeit, das ist für mich einfach ein Bedürfnis. Und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, wie jetzt mit Ihnen oder mit meinen Kanälen, ich mache ja auch ein bisschen auf Instagram oder auf anderen Kanälen etwas, diese Meinung zu verbreiten und wenn dann noch einige Menschen bereit sind, sich das anzuhören, finde ich das sehr attraktiv und für mich auch stimulierend. Ja, 280.000 Follower auf Instagram, das kann man schon mal nennen. Das müsste durchaus dann, Sie meinen, das ist Nummer eins, bei Instagram dürfte nicht, nicht viel, dürfte auf jeden Fall nicht viel besser sein. Also für diejenigen, die sich unterscheiden, zwischen den Followern, da gibt es einige, die haben noch ein paar Hunderttausend mehr, aber das entscheidet schon mal die Statistik an, nicht wie viele Follower hast, sondern wie viele Leute hören sich deine tägliche Prognose an. Das sind bei mir mindestens 40 bis 60 Prozent, also ungefähr zwischen 70 bis 90 und 100.000, die sich das täglich anhören. Und das ist ungewöhnlich, auch für mich, ich bin ja, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, hat einer meiner Studenten für mich angeregt, das zu machen. Und dann noch für mich, der ich zum Monolog neige, wie sie wissen, ich bin ja kaum zu stoppen mit dem, wenn ich mal eine Frage kriege, können Sie nicht nach Hause gehen, Mittagessen machen, kommen morgen wieder Heiko Thiemann. Und da Frage dabei und dass ich mich zusammenreiße selbst und das mit einer Minute pro Tag fertig bringe, kann sich jeder mal angucken unter heikothiemann.club im Instagram, oder auch auf TikTok jetzt, da wird es mittlerweile gebracht. Ich will damit nicht angeben, ich will nur sagen, ich nutze bewusst die modernen Medien, um auch eine Meinung verbreiten zu können. Früher wäre unser Interview nur standgekommen, wenn ich nach München geflogen wäre, nicht wahr, und Sie, vom Studio hätten wir uns getroffen, das wäre eine 2- oder 3-Tagesreise gewesen, das hätte eine ganze Menge Geld gekostet, die Verbreitung solcher Nachrichten war auch sehr teuer und jetzt können wir das Ganze umsonst machen. Dann reden wir von der Inflation. Inflation ist bei den Gurkenpreisen zu sehen und bei den Tomatenpreisen, aber nicht bei der Technologie und dem, was das Leben sonst gestaltet. Auch wenn ich die Fliegerei sehe, ich fliege auch mit Rhein-Air und sage nicht, das ist ein billig Airliner, das ist für mich bequem, weil es hier von Corona direkt nicht schon mal, ich bin jetzt in Pisa gerade gewesen, um zu sehen, ob der Turm noch steht, er steht noch da, aber kurzum, das können Sie alles machen und das ist nicht teurer geworden. Man muss sich arrangieren. Inflation kann man auch managen, wenn man so will. Es gibt gewisse Basiseffekte, die da sind und 20% der Bevölkerung bei uns, die werden es nie schaffen, bis zum Monat mit dem Geld, was sie haben, auszukommen. Dem müssen wir also helfen, da können wir lange reden und so weiter. Also kurzum, es gibt so viele Lösungen, aber wir reden ja von der Börse, wir wollen ja uns unterhalten, was steigt, was fällt und was sollte man tun, nicht wahr? Genau, kommen wir zurück zum DAX. Da ist es ja so, dass der sich trotzdem eigentlich ganz gut entwickelt hat jetzt im laufenden Jahr, doch recht passabel, muss man sagen, auch wenn es jetzt zuletzt vielleicht einen kleinen Dämpfer wieder gab mit Frankreich, mit den Vorgängen da, mit den Neuwahlen, aber ja, welche DAX-Titel sind da für Sie im Moment am attraktivsten bewertet? Wer steht da alles auf Ihrer Watchlist? Ich meine, Dividendenregen gab es auch. Haben Sie da nach der Dividenden-Ausschüttung auch den einen oder anderen Kandidaten genutzt, um nachzukaufen? Bevor wir das beantworten, Sie sagen das Stichwort Frankreich, wir haben ein riesen geopolitisches Problem in der EU und auch in Frankreich selbst. Macron für mich einer der begnadeten Politiker, die wir haben, hat er rechtlich gerne, indem er die Wahlen ausrief. Ich meine ja, weil er einfach mal wissen will, wie die Rechte oder Linke tatsächlich regieren können und man sieht, dass sie da alles sich schaffen. Vielleicht sieht es in zwei, drei Jahren dann anders aus. Kurzum, wir dürfen die Akte Deutschland-Frankreich nicht einbrechen lassen. Das ist die Basis für die EU. Ich bin überzeugter Europäer. Es ist für mich das Großartigste, das wir geschaffen haben. Wenn wir das alles in Frage stellen, wenn wir also den rechten Flügel der AfD in Deutschland nehmen und dann den linken Flügel von Frau Wagenknecht nehmen, ja, dann wären wir doch alle fertig. Dann können wir gleich alle nach Putin verkaufen. Wollen wir alle, wenn ein Krieg, ein Krieg nicht acht Jahre ins Gefängnis gehen müssen oder wollen wir sagen, auch ein Heiko Thieme kann sagen, was er will, wird damit nicht belangt. Also ich liebe die Freiheit. Die Freiheit muss aber auch verteidigt werden und man muss sich dem bewusst sein. Da gibt es halt verschiedene Schlussfolgerungen. Jetzt zum DAX. Ich bin kein die Dividendenwerte per se. Dividenden sind gut, können auch gekürzt werden mittlerweile. Muss man auch wissen, weil es ein Unternehmen nicht hat, wie es bei Bayer gewesen ist zum Beispiel. Also Dividenden sind ein wichtiger Faktor, im Ultimativ richtig. Dividenden, die stabil sind, sind tatsächlich die Kardinäle, wie man so sagt, in der Börse. Aber ich kauf nicht nur auf die Dividendenträger, sondern auch auf Werte, die Wachstum haben. Also die Mischung ist es dabei. Und was steht bei mir beim DAX auf der Liste jetzt ganz aktuell? Was ist noch attraktiv, was man hier kaufen kann auf der Weise? Das muss ich jetzt folgendes sagen. Ich habe einmal bei mir die Deutsche Post zum Beispiel. Absoluter Langeweile, aber Pakete werden immer verschickt. Ich war unter 40 für mich die Deutsche Post wieder ein Wert, den man in drei Tranchen kaufen kann. Ich muss gleich vorausschicken, wenn ich einen Wert kaufe, muss er mindestens 20 Prozent vom jüngsten Höchststand gefallen, dann mindestens 20 Prozent. Er muss eine aussichtsreiche Geschäftsbasis haben und auch Prognosen haben, mit denen ich mich befreuen kann. Und dann würde ich anfangen zu kaufen. Ich kaufe immer in drei Tranchen ein, maximal drei Prozent Position, pro Position und maximal eine Position mit einem Prozent. Und dann bei einem Rückgang von mindestens 15 Prozent die zweite Tranche und die dritte dann nochmal nach weiteren 15 bis 20 Prozent. Jetzt kommt das ganze Entscheidende, was die meisten ihrer Zuhörer nicht verstehen werden. Wenn ich eine Aktie kaufe und jetzt eine Aktie nenne und die steigt morgen um 20, 30 Prozent, die sagen, der Team ist ja ein Genie, sage ich nicht, ich habe total versagt. Wieso? Ja, die Aktie ist ja gestiegen. Wenn ich kaufe, soll sie ja fallen. Das ist das Perverse eines Antizykler. Da muss man sich wirklich daran gewöhnen. Ich mache das nun seit fast 50 Jahren. Ich war aktiv, muss ich zugeben, erst seit 45 Jahren. Das vorgegen hat Ihnen ja auch einen gewissen Spitznamen eingebracht, den möchte ich jetzt gar nicht nennen. Genau. Ich bin der hier in der Lupensammler, sage ich mir. Ich kaufe das, was keiner will und hoffe, dass es noch weiter fällt. Aber das ist eine ganz klare Logik, aber gewöhnungsbedürftig. Wenn Sie dann eine Position haben, ab 25 Prozent plus, ob Sie ein Prozent, zwei oder drei haben, spielt jetzt keine Rolle. Was immer Sie haben, wenn Sie dann ein Plus von 25 Prozent haben, gehe ich mit der ersten Tranche raus. Frage ich gar nicht nach. Aber wieso? Könnte noch mehr werden. Ja gut. Wenn Sie 35 Prozent plus sind, gehe ich mit der zweiten Tranche raus. Dann habe ich 30 im Schnitt gewonnen. Die letzte Tranche ist meine Lotteriekarte. Dann mache ich einen Stopp bei 30 Prozent plus. Die Achse ist 35 Prozent gestiegen. Ich habe mich also abgesichert. Wenn es schief geht, habe ich 30 Prozent für alles verdient. Da bin ich also das fast Vierfache dessen, was die Börse im Jahresdurchschnitt bringt. Das ist in Ordnung. Und wenn sie weiter steigt, schiebe ich meinen Stopp sukzessive mit etwas größeren Abständen nach. Geht die Achse auf plus 50 Prozent, ist mein Stopp bei 35 Prozent. Bin ich bei plus 100 Prozent, ist der Stopp bei 70 Prozent. Bin ich bei 1000 Prozent, was selten passiert, bin ich bei 800 Prozent. Ich mache da eine etwas roulette-mäßige Strategie mit der letzten Tranche. Aber die ersten beiden Tranche ganz diszipliniert einkaufen und dann ab 25, 35 Prozent rausgeht. Das ist das ganze Entscheid. Oder als Zusatz noch, dass ich statt in Aktien physisch investieren, nehme ich ja auch Hebelprodukte. Abstand vom aktuellen Preis 30 Prozent, wenn der Hebel verfällt. Das wäre dann ein Hebel, der es dreifache bringt. Das ist eine billige Art und Weise, sich zu investieren. Aber man muss auch akzeptieren, dass ungefähr, ich würde mal sagen, so 30 Prozent meiner Hebelstrategie sind ein Totalverlust. Oder 25 Prozent, um genauer zu sein. Aber das kann ich dadurch aufwiegen, dass ich dann auch Gewinn habe. Zum Beispiel bei der NVIDIA, die ich eigentlich nie so richtig mochte. Aber als ich sie im Februar vergangenen Jahr sind im Fall und das Hebelprodukt nannte, wer es durchgehalten hat, hat das 16-fache verdient. Das ist ja nicht schlecht. Das sind 1.600 Prozent oder 1.500 Prozent, um genau zu sein. Also das sind so die Varianten, die ich mitbringe. Aber entscheidend ist Streuung. Nicht mehr als 30 Werte. Die Hälfte in ETFs. Europa, USA, Asien, die zu investieren, nicht wahr? Und den Rest dann in Einzelwerte, wo ich unterscheide zwischen Basiswerte, Dow Jones-Werte, DAX-Werte, S&P 500-Werte und dann kleinere Werte wie im MDAX, SDAX oder Äquivalentes mit 2 bis 1 Prozent und dann hochspekulative Sachen. Selbst bis hin zu Bitcoin habe ich mich ja breitschlagen lassen. Auch Bitcoin kann man investieren, auch wenn es wertlos ist. Absolut wertlos. Bleibt wertlos, aber Bitcoin geht zum Beispiel auf 100 Euro, nicht 100, 100.000, nicht Euro, Dollar in diesem Jahr. Und wenn Casey Wood rechnet, geht es auf 3 Millionen nächsten Jahres. Die 100.000, die hat man aber jetzt auch schon öfter gehört, in den vergangenen Jahren, sag ich mal, da wurde immer wieder mal die 100.000 rausgehauen und dann... Also nicht nur von Ihnen, also jetzt... Meine Bitcoin-Prognose, die ich gemacht habe, in diesem Jahr brachte bisher 56 Prozent ein, keine Verlustprozesse, war sogar das Beste, was man hatte. Aber ich sage ganz bewusst, es ist nichts wert. Bitcoin, warum wird Bitcoin, frage an Sie, warum wird Bitcoin von JP Morgan, von BlackRock mittlerweile gesponsert? Warum bauen die Fonds auf? Warum sagen die, Bitcoin kann man investieren? Warum? Können Sie mir eine Antwort geben? Weil Sie daran verdienen können, natürlich in ihren Fonds. Absolut, absolut. Sie bestehen das erste Examen, könnten bei mir Student sein, ich höre mal zu, dass sie die erste Frau sind. Die wollen nur Geld verdienen. Die interessiert gar nicht, was sie verkaufen. Die können also Dünger verkaufen, wenn sie so wollen, um das Wort S zu vermeiden. Also wir sind alle, ich hätte das Schlechtes, ich wollte laut werden, aber kurzum, die Sache ist, die Bitcoin bietet nichts. Es gibt natürlich virtuelle Währungen, die kommen von den Staaten, die werden sich ihre Hoheit, Geld in den Umlauf zu setzen. sich nicht nehmen lassen. Bitcoin ist eine Farce und wir sehen das ja auch bei Dogecoin. Dogecoin war nichts wert, als es gegründet wurde vor ungefähr 15 Jahren wohl. Dogecoin wurde in drei Stunden am Computer kreiert und hatte in der Spitze einen Marktwert von knapp 100 Milliarden, 100 Milliarden Dollar, das ist eine Menge Geld übrigens. Das haben wenig Leute. Und heute ist es noch 16 Milliarden wert, obwohl es nichts darstellt. Es ist absolut wertlos, sagt der Erfinder, sagt auch das System, das Unternehmen sagt, wir sind wertlos und dennoch sind die Leute bereit, das ganze Unternehmen 16 Milliarden zu zahlen. Das beweist es, wenn sie etwas Wertloses haben, das kann tatsächlich an der Börse gehandelt werden und kann Gewinne einbringen. Deutsche Bank, Commerzbank hatten Sie jetzt nicht genannt vorhin. Da haben Sie beim letzten Mal ja noch bei Kursen um die 8 Euro bei der Deutschen Bank zum Kauf. Schauen Sie mal, wenn ich 100 Prozent habe. Das war ja in Ordnung jetzt. Ist es weiterhin ein klarer Kauf für Sie oder werden Sie da jetzt schon ein bisschen vorsichtig und sagen, okay, die Luft geht da schon ein bisschen. Nochmal ganz kurz der Hinweis auch an die Zuschauer, es ist keine Anlageberatung, was wir hier betreiben, auch keine Aufforderung zum Kaufen, Verkaufen oder Halten eines bestimmten Wertpapiers. Den Disclaimer setzen wir auch nochmal unten rein in die Beschreibung, sondern wir schauen genau auf Ihre Meinung. Herr Thieme, das ist erlaubt. Wie würden Sie agieren? Wie schätzen Sie die Titel ein, auch von der Bewertung her und was sagen Sie dazu den deutschen Banken? Bevor ich das beantworte, ich bin ja studierter Jurist, nicht praktizierender Jurist, ich bin studierter Jurist. Ich habe zum Bedauern der Fakultät mal ein Examen gemacht in Hamburg. Kurzum, ist es nicht pervers, um es mal direkt anzunehmen, man muss immer wieder den Zusatz machen, es ist keine Empfehlung, dürfte man nicht sagen, dass zum Beispiel Vorträge gehalten werden, dann sagt der Verräter, ich darf Ihnen den Titel nicht nennen, den ich kaufen würde. Das ist eine Perversität, verdammt nochmal, nur weil wir Gerichtsprozesse hatten, die eben in ihrer Art und Weise pervers sind, zu sagen, hör mal zu, wenn wir über was reden, sagen wir, was wir empfehlen, was wir tun würden, dürfen wir gesetzlich nicht mehr machen. Ich halte diese Sache für so pervertiert, aber ich richte mich natürlich auch in meinem Kanal, Instagram heißt die Idee des Tages. Ich bringe immer eine Idee, also von den Ideen, die wir haben. Also die Deutsche Bank nannte, da war sie also zwischen 8 bis 10, jetzt ist sie also 16 plus. Die Deutsche Bank hat noch die Chance, wenn man auch JP Morgan nimmt, die Ideen von 20 Euro, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen gesagt, statt die Aktie jetzt noch zu kaufen, mach doch ein Hebelprodukt, nehm ein Hebelprodukt, 30 Prozent Abstand vom jetzigen Preis, nehmen wir mal 16 Euro an, nimmt man 30 Prozent, das sind knapp 5 Euro, also bei 11 Euro wird sie wertlos werden, ich glaube nicht, dass sie auf 11 Euro fällt und wenn sie auf 20 geht, beim dreifachen Hebel, der das Dreifache bringt, hat man ungefähr 100 Prozent gewonnen, mal ein Prozent, das ist meine Strategie. Also bei der Deutschen Bank würde ich einen Hebel nehmen, statt die Aktie physisch zu kaufen, das ist nur nebenbei. Also ich benutze mit 5 bis maximal 10 Prozent der Strategie Hebelstrategien, weil sie preislich günstiger sind und weniger bringen. Jetzt empfehle ich den Leuten auch zur jetzigen Zeit eine Minimumliquidität von 10, vielleicht sogar 20 Prozent zu haben, um auch entscheidungsfähig weiterhin zu bleiben. Aber Deutsche Bank, Commerzbank sind gut auf, denn der BNP zum Beispiel hatte ich gerade neulich wieder empfohlen, als sie von über 70 auf die hohen 50er stieg, da macht man nichts falsch. Frankreich macht eine Durststrecke durch, das ist richtig, aber auf dieser Basis kann man etwas tun. Schlussstrich, Finanzinstitute sind generell interessant, kann man nichts gegen sagen. Man kann auch den Finanzsektor, wenn man den Münchner rückt, sich anguckt, wenn man den Allianz sich anguckt, wunderbar, nur die sind so weit gestiegen, ich gucke dir gerne Werte an, die gefallen sind. Und deswegen, ganz klar, Deutsche Bank ist nicht Priorität, aber über den Hebel kann man die Deutsche Bank Aktie heute kaufen. Also heißt, Autowerte sind da für Sie deutlich attraktiver im Moment. Sie haben ja schon letztes Mal gemeint, die VW-Aktie wird verschenkt. Also wenn es sich als pervers angesehen, würde ich sie jetzt umarmen und küssen, nicht wahr? Wir haben es kapiert, was ich sage. Der VW wird verschenkt. Schauen Sie mal, die Lombardini ist ja nun ein Auto, ich würde es zwar nicht kaufen, aber nicht mehr Platz für zwei Leute noch drin, und das vielleicht eine Aktentasche kann man noch mitnehmen und kostet 280.000 Dollar oder Euro, würde ich also nicht nehmen, auch einen Ferrari nicht nehmen. Das sind vorstellige Probleme, aber die Sache ist die, der Wert von einer Lombardini, und hier verlasse ich mich auf die sogenannten Fachleute, die sagen, der Wert liegt ungefähr auf den VW-Preis bezogen, irgendwo zwischen 30 bis 70 Euro. Jetzt nehmen wir die VW-Achse, knapp über 100 Euro. Also wir würden sagen, VW bei 70 oder bei 50 Euro, abgezogen von Lombardini, die werden ausgliedert und verkauft, ja mein Gott, die Achse bringt jetzt schon 8 Prozent, dann kriege ich also 12 Prozent. Ja mein Gott, darüber überlege ich noch, was ich machen muss. Der DAX-Index bringt 8 Prozent oder 8,25 Prozent im Jahresdurchschnitt. Die Dividende muss nicht gekürzt werden, weil sie nur ein Bruchteil dessen ist, was das Unternehmen verdient. Da wird rumgeeiert, oh, was kann VW machen? Ist der zweitgrößte Automobilhersteller. Eine Tesla, nicht wahr, verkauft sich mit dem Hundertfachen, und der VW ist also, mit dem Drei- bis Vier- oder Fünffachen, ist zu teuer, ist, bringt nichts. Die VW kann man sich hinlegen, schläft ruhig, sagt, wacke mich mal auf, wenn es bei 200 ist. Dann müssen Sie vielleicht einen langen Schlaf haben, wie Costellani sagte, manchmal mehr als zwei oder drei Jahre, aber irgendwann in diesem Jahrzehnt könnte ich mir die 200 Euro bei VW wieder vorstellen. Also steht sie bei mir oben auf der Liste. Wenn man die Autowährung, kann man auch eine Generalmutter sich angucken, ich habe mich auf die VW fokussiert, man kann die Daimler nehmen, aber ich kann auch die Porsche nehmen, aber reicht doch, wenn ich eine habe, ist VW für mich, bei der ich dabei mit der guten Dividendenrendite. Und da haben Sie recht, ich habe auch mal die Renault empfohlen, als sie total eingebrochen war, nur jetzt muss ich Ihnen nicht nachlaufen. Bei VW würde ich mal so sagen, um realistisch zu bleiben, am Jahresende wäre ich, entsetzt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich wäre sehr, sehr verwundert, wenn wir nicht mindestens 130 sehen, vielleicht 140, 150 sehen könnten. Wenn die Leute endlich mal aufwachen, zu sagen, da ist etwas drin, die haben einen Fehler gemacht. Jeder ist eine nachgelaufene Elektrizitätsschiene, die ich nie geteilt habe. Ich habe mir einmal ein elektrisches Auto geleistet, am Jahresanfang, von Berlin nach Dresden gefahren zum Börsentag. Das Auto war toll, war ein Volvo gewesen, ein chinesisches Auto mittlerweile, wie man weiß, die gehört jetzt den Chinesen, fährt fantastisch, nur das Aufladen ist so problematisch, so komplex. Das brauche ich doch nicht. Wenn ich einen Benzin habe, brauche ich mir nie Gedanken zu machen, wo tanke ich jetzt. Ich tanke da, wo ich will. Ich weiß, an jedem Dorf steht eine Tankstelle. Beim Lexik-Auto heißt es, jede Viertelstunde wollen Sie nicht mal eine Pause machen. Ich sage, verdammt nochmal, ich weiß doch, weil ich selbst eine Pause machen will. Ich will mir doch vom Computer sagen, ich muss eine Pause machen, wenn das Auto aufgeladen wird. Kurzum, warum sage ich das? Es hat ja mittlerweile auch Herz festgestellt, auch SIX, die ich übrigens empfehle auf diesem Niveau, die SIX-Aktie, weil sie gut aufgestellt ist, die haben sich verkalkuliert, haben dieses elektrische Auto als Angebot gemacht. Was sagt der Kunde? Die Schule ist abstranken, denken Sie, der Markt sagt, der Hegel schon mal. Die mieten sich nicht solche Autos. Da sitzen Sie auf der Flotte, müssen das abschreiben, hat natürlich dann Kursverluste bedeutet, aber das können Sie überwinden. Also das elektrische Auto wird einmal kommen, wie wenn wir eine Batterie haben. Können Sie feststellen, schauen Sie sich mal an, unsere Sendung in 20 Jahren, dann sind Sie noch da, aber ich nicht mehr. Dann würde es heißen, der Heiko Team hat gesagt, wenn eine Batterie den Zehntel des Umfanges hat, wie jetzt ein Tesla-Auto, also so klein und kompakt ist, wenn diese Batterie das Zehnfache an Fahrleistung bringt, wie die jetzigen Batterien von Tesla, also statt 500 Kilometer mindestens 5000 Kilometer, und wenn der Kostensatz ein Zehntel dessen ist, was es heute kostet, dann ist die Batterie die Lösung für den Autosektor. Und wenn sie dann zusätzlich noch hergestellt werden, ohne Kinder in Afrika zu misshandeln, die dann das Lithium rausholen müssen, etc., etc., also wenn man da menschliche Umstände hat. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Wir haben hier per Gesetz, es haben Politiker kreiert, diese Gesetze sind irrealistisch mit der Realzeit nicht zu verbinden, und das ist der große Fehler, den wir haben. Wir werden technische Autos kriegen. Wir werden auch autonomes Fahren kriegen. Leute in meiner Altersgruppe, manche können ja gar nicht mehr fahren, die haben ihren Führerschein schon abgegeben, oder zwangsweise müssen sie ihn abgeben. Das kommt alles auf uns zu, nur wir müssen die Zeiträume etwas besser definieren und zu der Jugend und ihren jüngeren Hörern, denen sie sagen, wir sind die letzte Generation, denen habe ich eine gute und schlechte Nachricht zu sagen. Ihr verklebt euch auf den Straßen umsonst, das bringt nicht viel ein. Es werden auch noch in tausend Jahren letzte Generation, es werden auch noch in zehntausend Jahren, ich glaube, die Welt geht nicht so schnell unter. Also all das, was an Schlagzeilen kreiert wird, ist ein Hype, ist eine Übertreibung, die eigentlich die Rationalität in vielen Dingen vermissen lässt. Und wenn wir rationell handeln, auch in der Außenpolitik, was wir als Fehler machen, wenn wir andere Leute belehren wollen, wenn wir China mit 1,4 Milliarden Leuten belehren wollen, wie man ein Land leitet und wir haben gerade mal 450 Millionen Leute und wissen nicht, wie man Europa zusammenhalten kann, dann ist es doch ein Witz, wenn wir andere Leute belehren wollen, wie Herr Xi seine Politik machen muss. Da kann man mal im kleinen Zimmer mal Fragen stellen, was Menschenrechte etc. bedeutet. Kurzum, es gibt viele Dinge, die wir diskutieren können, aber wir wollen ja immer wieder auf die Börse kommen, also was sind Ihre Fragen noch, wo man investieren kann, was steht auf meiner Liste beim DAX-Index. Da kam noch eine Frage, Stichwort zu den Immobilienaktien rein, Herr Thieme. Habe ich immer empfohlen. Bonovia für Sie, gerade erste Position haben Sie schon bestimmt aufgebaut, oder? Die erste Position hat 40 Prozent Bonovia verdient und da haben meine Kollegen gesagt, die Fachleute, die haben nur ramschen, die an ihren Importfüllen drin, ich habe mich da ein bisschen abgestand genommen, das hat gut was eingebaut, Bonovia bei 27, 28, 30 brauche ich nicht mehr zu kaufen. Ich habe sie immer um oder unter 20 als Empfehlung gehabt. Das bleibt auch dabei. Das heißt, ich bin derjenige, der dann kauft, wenn es gefallen ist. Also zum Beispiel die Zalando. Zalando hat, ich habe Zalando nie gekannt vorher, aber Zalando ist also eine Modekette, nicht mehr auf dem Internetkanal, ist in den deutschsprachigen Bereichen, auch in weiteren Bereichen in Europa tätig. Das Konzept macht Sinn, denn wenn eine Frau oder ein Mann auch egal, nicht mehr, morgens um drei Uhr seine Kleidung kaufen kann, ist so angenehm über das Internet, muss er nicht in den Laden stehen, morgens anstehen, reinkommen, ist so eine angenehme Sache. der 20-Euro-Marke ist, kann man sie blind kaufen und wenn man sie in der Nähe der 30-Euro-Marke ist, dann kann man sie verkaufen und zwischenzeitlich sichert man sich den Gewinn im Stopp. Das klingt sehr simplistisch, aber Anlagesstrategie muss man ja auch mal einfach erläutern können. Fragen mich einige Leute, ich habe ja so einen Kanal auch, der täglich eine Marktprognose mit 20 Minuten bringt, fragen die mich ja, Thieme, können Sie mal ein bisschen mehr erzählen vom Unternehmen? Wenn ich denen erzähle, VW ist deswegen billig, weil das Kursgewinnfeld so niedrig ist, Autos werden gebaut, ja, können Sie noch ein bisschen mehr bringen, ich sage, dann lesen Sie doch selber den Jahresbericht, brauche ich doch nicht zu lesen. Also da bin ich zu lang im Geschäft, um jetzt zu sagen, ich muss eine Stunde Ihnen was erzählen, was ein Unternehmen wert ist und für mich ist immer ganz wichtig, einen kleinen Tipp, den ich gebe, ich habe ja ein paar tausend Unternehmen selbst gesehen in meiner Karriere, ich habe die Leute, die zu mir in meinem Büro kam, immer angeguckt. Ich habe meistens nicht verstanden, was sie gesagt haben, weil es ja zu technisch für mich war, aber ich habe denen die Augen geguckt und habe gesagt, würdest du von denen einen Leihwagen kaufen, einen Gebrauchtwagen kaufen und wenn die Antwort ist, wüsste ich nicht oder nein, kaufen Sie das Unternehmen nicht. Immer die Frage stellen, würde ich von dem einen Gebrauchtwagen kaufen? Wenn Sie zum Arzt gehen, wissen Sie nicht, ob der gut ist, gucken Sie sich nach, würden Sie von dem einen Gebrauchtwagen kaufen? Ich bin mit meinem Passat auf jeden Fall sehr zufrieden, muss ich sagen, ohne Schleifwerbung zu machen, das wäre auf jeden Fall ein gutes Kaufargument, ist ja auch, glaube ich, sag mal, wer war das immer so gemacht? Gehen Sie durch die Welt, schauen Sie sich an, was im Laden steht, was gut läuft. Es war der Magellanfonds, wie hat der wieder Namen ins Gedächtnis? Peter Lynch. Peter Lynch. Der große Peter Lynch, das ist natürlich auf den Spuren des Peter Lynch, genau. Absolut, und das muss man machen, wir können alles kompliziert machen. Ich gucke mir die Analysten an, da sage ich, ja, ich könnte mir was anderes sagen, als die Analysten, warum muss ich mit dem Analysten konkurrieren? Analysten verdienen zwischen 100.000 bis 100.000 Dollar, wenn sie im kleinen Laden beschäftigt sind, wenn sie viel verdienen, machen sie eine Million. Und die haben eine ganze Menge Geld. Die machen nichts anderes, als ein halbes Dutzens Unternehmen zu analysieren. Ja, soll ich mit denen konkurrieren? Nein, ich gucke mir deren Analysen an, frage mich vom Bauchgefühl her, stimmt das oder nicht? Und dann fragen mich wieder meine Mitglieder, ich war bei meiner Marktprognose, die sagen, ja, Bauchgefühl. Ja, Bauchgefühl ist ganz wichtig. Das klingt zur Oberfläche. Nein, das muss man sich erst mal erarbeiten. Das ist wie auch der Speck im Bauch, der ja wahnsinnig viel Geld gekostet hat, weil sehr viele Essen bedarf hat, um da hinzukommen. Bauchgefühl ist ein Gefühl, wie läuft es eigentlich? Das ist nicht Oberflächlichkeit, sondern heißt Erfahrungssatz. Und der Erfahrungssatz sollte vielen zeigen, dass der letzte Trend nicht unbedingt beispielhaft ist. Oder wenn jetzt wie gestern zum Beispiel, da bringt also, eine typische Analyse von mir, Tesla bringt also ein bisschen mehr, hat ein paar mehr Autos verkauft als angedacht. Oh, steigt gleich um 9%. 120 Milliarden mehr. Das ist ungefähr das Doppelte von VW. Also gestern stieg die Tesla doppelt so viel, wie ganz VW wert ist. Das ganze Unternehmen, zweitgrößte Unternehmen der Welt. Muss ich schon mal überlegen. Da gucke ich mir an, BVD bei 27, ich habe sie bei 2022 empfohlen übrigens, BVD ist gleich in der Konkurrenz mit Tesla zu reden. Und wird wahrscheinlich Tesla in China, dem wichtigsten Land für E-Autos, überholen. Ja, und wie handelt die denn? Die handelt zum Beispiel eine Fraktion dessen, was Tesla handelt. Also setze ich mehr Geld in BVD ein, auch wenn BVD mittlerweile ein paar Stück verkauft, das interessiert mich da weniger. Ich beachte es zwar, aber es ist kein Grund zu sagen, BVD kann nicht laufen. BVD, wer heute bei unserem Interview, sich dieses Interview in fünf Jahren anhört, mal alles andere vergisst, der wird sagen, Mensch, der Thieme, der hat ja viel gewusst. Die wird mehr als 27 Euro wert sein. Ob sie jetzt 100% mehr wert ist, oder 50, oder 200%, das lasse ich im Raum stehen, spielt ja auch keine Rolle. BVD auf diesem Niveau ist ein absolutes Muss. Nur, ich habe es bei 20 und 22 gesagt, deswegen muss ich es jetzt nicht nochmal sagen, ist klar, aber wer nicht dabei war, kann sagen, ich kaufe, jetzt kommt das Wichtige. Wer mir richtig zugehört, will ich jetzt wissen, Tibel sagt, BVD, zwei Prozent maximal, weil es kein Dow Jones Wert und kein DAX Wert ist, aber zwei Prozent. Ich kaufe also 0,7 Prozent vom Kapital, das heißt, wenn ich 100.000 Euro habe, kaufe ich für 700 Dollar Aktien, oder Euro Aktien an, das heißt also bei 27, ich kaufe ungefähr 30, 35 Stück. Die kauft man sich jetzt ein, legt man sich hin. Dann, wenn sie 15 Prozent fällt, das sind also ungefähr 4 Euro, dann ist sie bei 23. Dann kauft man nochmal nach, dann bedankt man sich und wird nicht nervös. Wenn sie dann nochmals 15 Prozent fällt, von 23 wieder 15 Prozent, das sind ungefähr dann 3,5, dann ist sie bei 19,5. Dann habe ich einen Durchschnitt, der ungefähr bei 23 liegt, da bin ich in der Nähe der bisherigen Tiefstände und dann würde ich sagen, mit diesem Niveau, zwei Prozent des Liköpapital, kann ich gut schlafen. Dann würde ich sagen, bitte a la Kostelani, weckt mich mal, wenn sie bei 35 oder 40 ist, dann kann ich ja schon mal einen Teil der Gewinne mitnehmen und wenn ich mich damit beschäftige. Oder ab 25 Prozent sowieso, ein Drittel raus und zwei Drittel, wie gesagt, bei 35 Prozent. In anderen Worten, ich rede viel, das ist richtig, ich rede schnell, meine Frau sagt, ich nuschle, ja, das kann ich nicht ändern, versucht einen alten Mann nicht zu verändern, nehmt ihn so, wie er oder sie ist, okay. Aber das wäre zum Beispiel in China eine Empfehlung oder dann DBX 1FX. Soll ich jetzt in China überall nur Einzelwerte kaufen, dann kann ich gar nicht machen. Ich nehme die 50 größten Werte, die in Hongkong gehandelt werden und DBX 1FX ist ein Produkt, was die DBX... Das hatten Sie letztes Mal auch schon genannt, Herr Tiemann, sorry, wenn ich da unterbreche. Ja, seitdem Plus, Minus, Null, okay. Da ist schon noch ein bisschen Nachholspotenzial drin, würde ich sagen, bei den chinesischen Titeln. Mein lieber Sebastian Schleck, jetzt bist du wirklich, jetzt hast du mich enttäuscht, typischer Fall, typischer Fall des Journalisten, der oberflächlich denkt. Also hören Sie mal zu. Als ich es empfohlen habe, habe ich gesagt, zwischen 25 bis 20 zu kaufen. Das ist von 25 bis 19,5 gefallen. Wer sich eingekauft hat, hat einen Durchschnittskurs von 22 gehabt. Die Aktie war vor kurzem gewesen bei 32. Das sind 11 Prozent fast gewesen. Äh, äh, 50 Prozent gewesen. Sie war jetzt wieder im neuesten Fall, nochmals gewesen, 30 Prozent gestiegen in diesem Jahr alleine. Wenn Sie das eine Schieflage nennen, immer vergessen die Leute... Ich meinte nur, Herr Tiemann, ich meine nicht die Aktie, ich meine den ETF, diesen FTSE, diesen 50... Nein, 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 DBX 1FX ist von... Ja, genau, genau das meine ich. Durchschnittskurs von 20... Bitte jetzt, vergessen wir die Vergangenheit. Wir wollen ja nicht recht haben. Klare Strategie. Heute ist sie bei 25, 25,5. Ab 25 Euro, anderthalb Prozent vom liquiden Kapital in DBX 1FX. Wenn die Aktie bei 22,5 ist, wiederum anderthalb Prozent in DBX 1FX investieren, dann habe ich zwei Tranche gekauft mit jeweils anderthalb Prozent. Und wenn sie bei 20 ist oder darunter sein sollte, aber auch 20 reicht schon aus, dann zwei Prozent investieren. Dann habe ich fünf investiert, nämlich anderthalb plus anderthalb plus zwei, fünf Prozent. Dann haben wir einen Durchschnittskurs in der Nähe von 22 Euro liegen. Und dann sprechen wir uns mal, wenn wir genauso lange warten, wie es die mal gemacht haben, also fünf Partale, also im Herbst nächsten Jahres, wenn wir uns dann sprechen, wenn es eine Tima, das hat tatsächlich 30 Prozent eingebracht. Das ist doch nicht schlecht. Das wäre meine Meinung. Und daran können Sie mich absolut messen. Können Sie sagen, hat der Mann recht gehabt? Denn China wird laufen. China macht eine Durststrecke durch. Erwachsungsrate wird nicht fünf Prozent sein, wird zwischen drei bis viereinhalb Prozent sein in diesem Jahr. Herr Schi hat ein Deflationsproblem, was ganz anders ist, als wir es haben, nicht wahr? Dann wollen wir ihn mit Strafzönen belegen, das muss er aus dem Wege räumen. Taiwan wird er nicht angreifen, weil er keinen Schutthaufen erben will. Der will dann eine fungierende Insel haben. Da muss man sich noch arrangieren. Aber Herr Schi leitet ein Land, was doppelt so groß ist fast, wie Europa, die EU und Amerika zusammengenommen. Überlegen Sie mal, Amerika 50 Einzelstaaten, Europa 27 Einzelstaaten, sprich 77 Einzelstaaten, doppelt so viel, und das ist China. Und dann wollen wir China belehren, wie man Land leiten muss. Ich würde sagen, das ist doch ein absoluter Witz. Da müssen wir eine gewisse Hochachtung haben. Menschenrechte gilt es natürlich zu wahren, das ist richtig. Aber unsere Außenpolitik mangelt an Erfahrungssätzen, nicht wahr? Da müsste ich sagen, hätte man mal die Hochzeit der 19. Jahrhunderts nicht anhören müssen, nicht wahr? Wenn man so die großen Diplomaten gehört hätte, was die alles gemacht haben, wie man Politik betreibt, dazu fehlt es uns heute. Und ich will keine Person nennen, das spielt auch keine Rolle, aber da machen wir einen Riesenfehler. Und auch wenn wir mit unseren Wärmepuppen kommen, in Deutschland alles schön und gut, aber mein Gott, nochmal, ich muss noch nicht altes Gerät rausreißen, sondern das lasse ich erstmal auslaufen, wie beim Auto, dann lasse ich alten Wagen noch laufen, ob dann noch ein Benziner, der vielleicht ein bisschen Verschmutzung hat, durch eine Straße in Stuttgart oder Hamburg fährt, um das zu verbieten. Und in der Zwischenzeit haben wir sinnlose Kriege, die weit mehr Umweltverschmutzung bringen, als alles andere. Da gibt es doch echte Probleme, die wir anfassen müssen, und nicht umgekehrt. Also Sie sehen, Heiko Thiemann bleibt voller Ideen, widersprüchlich wie es ist, aber es gibt erheblich viele Ideen, die man haben kann. Und wenn Sie noch fragen wollen, ich muss mal hier auf meine Liste gucken, vom DAX kann ich Ihnen sagen. Ich sehe es schon, Sie nehmen es auf jeden Fall sportlich, ich meine, dass wir die andere Seite auch immer ein bisschen beleuchten müssen. Und dass man manchmal auch einfach ein bisschen Geduld haben muss, zeigt ja auch das Beispiel Siemens Energy, die hat sich vom Tief dann in der Spitze jetzt, glaube ich, verdreifacht. Da waren es ja auch mehr Monate durch Strecke im Endeffekt. Gut, wenn man jetzt Biontech anschaut, CureVac, da läuft es auch nicht so rund. Wir sprechen es zumindest an. Ist Ihre Meinung natürlich, ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung? Nennen Sie mir mal eine Schieflage, die wir beide in den letzten 15 Monaten hatten, und ich kann gleich zu Ihnen erklärieren, nennen Sie mir eine, die nicht aufgegangen ist. Wie meinen Sie eine Anlage-Idee jetzt? Ja, die wir vor 15 Monaten besprochen haben, die nicht aufgegangen ist. Ja, Biontech hatten Sie gemeint, und dann seitdem, glaube ich, ja gut, 30 Prozent, glaube ich, 25, 30. Biontech, vollkommen richtig. Biontech ist weitergefallen bei 85, ein ganz klarer Kauf für mich, dann nehmen Sie aber gleichzeitig auch bitte noch mit, um objektiv zu sein. Die TureVac, ne? Nein, die Moderna. Ich habe gesagt, bei Biontech Moderna, also passen wir mal auf in meinem Erfahrungssatz, das ist der richtige Sektor. Wenn ich weiß, wer gewinnen wird, kaufe ich beide. Die Moderna hat immerhin wo 60, 70 Prozent eingebracht. Wenn man da einen Gewinn mitgenommen hat, ist gut gefahren. Jetzt übrigens bei 115 kann man wieder anfangen, sie zu kaufen. Bei Biontech wäre ich jetzt dabei, Zeitraum zwei bis drei Jahre. Ich glaube, dass da einiges könnte herauskommen, was die Krebsforschung anbetrifft. Und dann sind die Werte nämlich mindestens 100 bis 200 Prozent mehr wert als heute. Das ist die Wette. Jetzt kommt das Aber. Ich kaufe drei Tranchen, bei weiterer Schwäche mich weiter ein, wie Sie wissen, maximal zwei Prozent in jeder Position, dann habe ich vier Prozent. Und das ist mir das Risiko wert. Denn die haben uns gerettet, die beiden Unternehmen, wenn man es mal pauschalisieren will, nämlich ja von Covid. Und ich glaube, sie haben das Werkzeug, dass sie unter Umständen ganz entscheidend sein können, was die Krebsforschung anbetrifft. Muss nicht sein, deswegen maximal vier Prozent. Also auch da versuche ich, eine klare Antwort zu haben. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, über den DAX-Index nehmen wir es nochmal. Wir sind ja gerade ein Prozent gestiegen heute beim DAX-Index bei 18.560. Wir kriegen also nochmal die, im Jahresende sehen wir die 20.000 Marken. Ich hatte ursprünglich 19 gesagt, das haben wir schon erreicht gehabt. Wir kommen vielleicht auf 20 noch hoch. Und nehmen wir mal die Werte, die wir haben beim DAX-Index, um mal ganz aktuell zu sein. Airbus, absolutes Muss. Es gibt zwei Flugzeugproduzenten. Der zweite können Sie auch genauso kaufen, wo ich, und zwar alle bei Schwäche von jetzt und dann jeweils 15 Prozent nieder in drei Tranche, jeweils drei Prozent in Wert zu dem Airbus. Das stehen wir mit oben auf der Liste. BASF ist noch ein bisschen nieder, unter 40 oder um 40 würde ich kaufen. Bayer ist eine Wette, die sehr viel Geduld braucht. Schafft er Ernestin das, ja oder nein? Ich hoffe, dass Bayer sein Problem mit Glyphosat lösen kann. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber Bayer auf dieser Basis, die war bei 140, ich weiß, jetzt bei 26, also 80 Prozent niedriger. Ja, mein Gott nochmal, wie weit kann sie noch fallen? Aber Glyphosat ist eine Rechtsfrage. Kann man meine Meinung sich auf einem anderen Kanal mit anhören. Aber Bayer würde ich bei mir anfangen zu kaufen, hätte ich nicht das Problem. Brenntag steht bei mir aktuell auf der Liste zurzeit. CoBank kann man weiter halten. Von Dental halte ich auch weiter. CoVesto, ja gut, kriegen wir die 62 Euro von den TAKA-Leuten. Es ist die Frage, ob das tatsächlich möglich ist. Aber besser ist die Lanxess wahrscheinlich, weil sie billiger ist, aus meiner Sicht. Wir haben dann Deutsche Bank, die kann man weiter halten. Bis 20 Euro kann sie gehen, wie Sie von mir gehört haben. Deutsche Post würde ich kaufen hier. Bei knapp 39 Euro. Jetzt ist sie gerade bei 40 fast schon, aber da kann man noch gerade hin. langen Prisenius unter 25, nicht bei 28. Ist also schon ganz gut gelaufen. Hat Geld verdient für uns. Dann habe ich noch die Infineon. Die Infineon unter 30, um 30, unter 30 ist sie kaufenswert. War ein sehr guter Titel. Über 30 Prozent plus von uns gebracht. Merck hat Pech gehabt mit seinen Forschungsergebnissen. Um 150 kann man anfangen, sie zu kaufen. MTU ist für mich interessant gewesen. Jetzt bei 250 ist schon gestiegen, aber war aber auch an der Liste. Ich halte sie jetzt weiter. Porsche, die Vorzüge, ja, kann man nehmen. Sie war bei 80 rausgekommen. Jetzt ist sie bei 69. Da könnte man was tun, aber VW ist für mich interessanter. Kia Gen habe ich bei mir auf der Liste. Rheinmetall kann man weiter halten, aber ist für mich zu hoch. SAP habe ich beim halben Preis empfohlen. Saturgis ist eine aktuelle Empfehlung bei 219 zurzeit. Die Siemens kann man weiter halten, aber bei deutlich niedriger Kursen kommt. Und die Siemens Energy habe ich jetzt bei 24 wieder auf meine Liste gesetzt, weil sie bis auf 40 Euro in den nächsten zwei, drei Jahren gehen kann. Das ist der Grund dabei. Ansonsten VW, AG, Bonovia in den unteren 20ern, Zelando in den unteren 20ern. Da haben Sie mal alle 40 DAX-Werte im Zeitrafer-Tempo von mir gehört. Das Gleiche können wir beim Dow Jones machen. Bei anderen werden Sie merken also, bei mir gibt es eine ganze Menge Überlegungen, die man dabei haben könnte. Und dann in den USA, die Boeing zum Beispiel, selbstverständlich für schlechte gemanagt werden. Aber in zwei, drei Jahren wird man die Probleme hoffentlich überwunden haben. Und dann werden Leute wieder kommen, da ruhigen müsste man haben. Dann sind 30 Prozent oder 40 Prozent mehr gestiegen. Ich will vorher dabei sein. Abschließend vielleicht noch mal ganz kurz noch der Blick über den Teich, über den Großen hinüber. Da spielt die KI-Musik, sei jetzt mal, die KI-Rally da voll im Gang gewesen. Auch zuletzt ein bisschen Luft rausgelassen. Aber Stichwort nicht hinterherrennen. Als Antizykliker tut man sich da doch ein bisschen schwer im Moment, oder? Wer ist da für Sie im Moment der Geheimfavorit? Vielleicht auch auf die zweite Reihe geschaut. Fehlt mir die Expertise, muss ich mich noch mehr einarbeiten, wenn man sich die KI-Werte anguckt. Ich habe, bitte, das klingt jetzt ein bisschen primitiv, aber das kann sich jeder nachvollziehen, weil es ja dokumentiert ist bei mir. Man kann es sich anhören in manchen Kanälen, wo ich es gebracht habe. Wann habe ich die Amazon empfohlen? Da war sie unter 90. Muss ich jetzt nicht beim doppelten Preis empfehlen. Wann habe ich die Meta empfohlen? Da war sie unter 100. Hat das mehrfache gemacht seitdem. Ich habe selbst die Tesla empfohlen. Das war im Februar vergangenen Jahres. Da war sie kurzfristig unter 100. Das Hebelprodukt brachte das mehrfache ein. Die Aktie selbst brachte 100 Prozent in sechs Wochen ein. Ich muss den Werten nicht nachlaufen. Das ist und bleibt nach wie vor meine Strategie. Insofern von den glorreichen Sieben einschließlich nicht wahr, wenn man sich an dem Google nicht wahr oder Alphabet, wie es jetzt heißt, sie standen alle auf meiner Liste. Nur sie haben sich seitdem mehr als verdoppelt. Und deswegen bin ich von der Strategie her gesehen, als Antizykler nicht geneigt, dem nachzulaufen. Was sind die künftigen AI-Werte? Die NVIDIA. Ich habe eine Wette gemacht. Wette in Anführungsstrichen. Kann jeder sich ein Glas Bier bei mir abholen. Ich war wohl, wenn ich mich dann aufhalte. In den nächsten 15 Monaten, vom heutigen Kurs angesehen, wird der Unterschied zwischen NVIDIA und VW inklusive die Wenden 50 Prozent sein. Nächsten 15 Monaten. Wenn Sie die Wette annehmen wollen, können wir es machen. Dann trinken wir ein gemeinsames Bier bei euch in München oder hier bei mir. Top, die Wette gilt. Da bin ich dabei, auf jeden Fall. Und zwar, ne, welche Wette wählen Sie? Wer wird die 50 Prozent auf Seiten von NVIDIA, auf Seiten von VW? Also ich glaube, dass sich VW da besser entwickelt wird, vielleicht sogar als Händler. Dann können wir beide nicht wetten. Genau das sage ich ja. Ich wurde verlacht von den Leuten. Jetzt müssen wir mal sehen, ob die Wette stimmt. Die VW, ganz simpel, die bringt meine 8 Prozent einfach durch die Dividende ein. In 15 Monaten sind da ungefähr 12 Prozent. Die habe ich schon mal vorweg. Und die NVIDIA braucht ja nur mal lächerliche 20 Prozent fallen, was sie neulich schon mal gemacht hat. Und die VW muss nur lächerliche 30 Prozent steigen, von 106 auf 136. Ja, mein Gott, nochmal. Das sind die 50 Prozent. Ist das jetzt seins? Nein. Ist das jetzt Oberflächlichkeit? Nein. Das ist Erfahrungssatz. Und jeder, der eine Erfahrung hat, kann auch Fehler machen. Und sollte ich die Wette verlieren, dann schulde ich Ihnen halt ein Glas Bier. Da komme ich auf jeden Fall gerne nach Spanien. Aber wie gesagt, wir sind ja da d'accord. Oder wir trinken es in New York. Egal, wo ich dich aufweite. Also das wäre doch was. Super, machen wir gern, Herr Thieme. Also ich bin da gerne dabei. Das können wir auf jeden Fall machen. Schauen wir auch gerne noch mal in ein paar Wochen noch mal drauf. Besten Dank auf jeden Fall für den Moment. Die Zeit ist schon ein bisschen weit fortgeschritten. Wird es an dieser Stelle dann wirklich gern dem Ende zuneigen. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg auch für Ihre weiteren Aktivitäten, auch auf Social Media, dass Sie da bald die 300.000 knacken bei Instagram. Würde mich eben freuen, wenn wir dann vielleicht in ein paar Wochen noch mal nachlegen könnten und dann auch noch mal rück und nach vorne schauen. Wichtig, nach vorne schauen. Ein Wort zum Schluss noch. DAX-Index am Jahresende in der Nähe der 20.000-Marke und der Dow Jones bei 42.000, nur damit es keiner vergisst. Nicht wahr? Das wäre es. Und vielleicht die Bitcoin in der Nähe der 100.000-Dollar-Marke, aber als ein wertloses Spekulat. Okay, da können wir wetten. Danke schön. Aber wir müssen ja auch aufpassen, Wettgeschäfte, Animationen, das sollte man ja auch nicht machen. Okay, alles Gute, mein Lieber. Tschüss, Jens. Alles Gute, Herr Thieme. Genießen Sie die Zeit in Spanien und gern bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bitteschön. Dankeschön. Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr Fragen an Heiko Thieme für die nächste Sendung, für den Nachschlag dann in ein paar Wochen? Schreibt uns gerne eure Erfahrungsberichte, Meinungen, Investmententscheidungen, auch Fragen an Heiko Thieme direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion.bialo.de. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ein neues Video gibt es auch mit Börsenpirat Uwe Sander zum neuen Depotcheck. Seine größten Gewinner und Verlierer, die Zukäufe und Verkäufe der vergangenen Wochen. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist was für euch dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.